Die Diensthunde des Polizeipräsidenten Nordhessen. Wir möchten Ihnen heute gerne mal die Arbeit mit unseren Diensthunden zeigen. Dazu sind die Kollegin Ann-Kathrin Gräser, das ist unsere Auszubildende, die bildet gerade ihren ersten Hund aus. Die unterstützt uns ein bisschen. Und der Michael Dörrbaum mit dem Hauptakteur, dem Oskar. Ich dachte, der Hahn. Das ist doch schon ganz okay. Hast du gerade gesehen? Wie süß die die Wälder hatten. Sind Ähnlichkeiten zu erkennen? Wir haben schon andere. Wir haben eine Katze.